und da sind wir noch einmal zurück und ich hatte ich hatte auch recht mit den ersten vier die waren richtig dann kommt das hatte ich auch noch dann kommt ein g1 und das c warum ich weiß nicht warum es solche rätsel ich verstehe also die glas ist aufgegangen ich verstehe es einfach absolut nicht da muss man echt ein profi sein diesen abgrund aber wir haben ja dieses holzstück sehr schön ich wette wir werden gleich verfolgt oder so das hier ist die ist der müllhaufen von dieser welt das ist wer wo die nutzlosigkeit ein erwartet und verschwindet wie lange wird es dauern bis meine knochen in asche zerfallen weiß ich nicht scheint aber schon gelungen zu sein weiß ich nicht hier haben wir wieder einen tisch mit den scheren und ich speichere einmal was ist denn hier ist das hier ein labber ist das hier das labyrinth machen einfach die taktik und gehen immer rechts wann immer wir halt rechts gehen können es ist noch dunkler da besser davon weg bleiben wir sterben zusammen ich bin glücklich alles andere hat keine bedeutung mehr ach hier liegt noch was ich bin mir sicher das ding würde nicht sterben es würde einfach weitergehen wenn irgendjemand anders komplett konsumiert wurde ok von hier kommen wir ja wir machen weiterhin diese rechtshalte taktik oh mein gott verfolgt ihr mich noch ich renne einfach hier ist ja nur irgendwie ein buch ich habe heute die schule geschwänzt ich hatte einen streit mit jume ich habe eine menge schlimmer sachen gesagt aber ich wollte es ich habe es nicht so gemeint wie ich es gesagt habe pfuh jume will zurück zu ihrer alten stadt sie wird ihren abschluss machen und dann werde ich sie für immer verlieren ich war so traurig so traurig und dann es kam mir in der nacht bin mir nicht sicher ob es ein traum war oder nicht aber ich habe diese präsenz direkt neben mir gespürt es hat meine ängste und mein neid vergrößert meine sorgen darüber jume zu verlieren wurden größer und größer und dann ist es in mir in mich hinein gebrochen ich bin komplett eingeschlafen und als ich aufwachte war ich in diesem garten das hier ist die welt von diesem ding ich nenne es einen fluch und dieser fluch hat jume hierher gebracht ich wollte sie haben nur für mich es ist ein traum aber wir können nicht aufwachen ich fühle mich als wäre ich im himmel jume ist meine ganze welt meine komplette welt aber ich weiß das ist falsch ich habe mein bewusstsein zurückerlangt im keller des hauses und ich habe leichen gefunden dieser fluch frisst jeden auf der in diesem garten landet es wird angezogen von negativen gefühlen und dann bist du verdammt und niemand hat bisher einen weg gefunden um davon loszukommen ich denke es ist unmöglich aber wenn es für mich unmöglich ist vielleicht besteht hoffnung für jume ich liebe sie so sehr um darüber nachzudenken dass sie wegen mir sterben könnte das ist komplett gegen diesen willen des fluches es versetzt mich in wut oder es ist selbst ist halt dieses ding was halt da reingekrochen das ist halt ziemlich wütend nur weil man darüber schon nachgedacht hat bitte hilf uns hier ist noch eine weitere kleine notiz in der ecke der letzten notiz wenn doch nur dieser typ nicht existieren würde wenn jume doch einfach aufhören würde über diesen isamut nachzudenken nun erinnere ich mich jume hat mit mir über ihre neue freundin oft geschrieben oder berichtet ihre freundin sayo nach einigen tagen haben wir aufgehört zu sprechen nicht weil wir keine zeit mehr hatten sondern weil jume seitdem in einem koma ist und meine erinnerung ist wahrscheinlich etwas gelöscht wegen diesem fluch und wenn ich jetzt noch über die vergangenheit nachdenke fühle ich mich noch ein bisschen schwummrig denn sayo hat sich sehr um jume gekümmert und der gedanke dass sie jume wegen einer anderen person verlieren könnte hat diesen fluch angelockt und nun ist alles klar das ist ein schlüssel und sayos tagebuch nun kann ich hier weg ich nehme jume mit und vielleicht finden wir den ausgang von diesem garten und vielleicht können wir auch eine lösung finden um sayo zu retten ich möchte nicht zurück gehen ich möchte nicht echt nicht ich möchte nicht zurück ich möchte dann nicht wieder längs bitte nicht halt ein bisschen abstand ich habe mir den weg nicht gemerkt ich möchte nicht hier hoch war das hier rein ja und dann nur noch hier längs hier hoch hallo sie bewegt sich nicht ich muss jume erreichen aber sie ist im weg was kann ich tun ich möchte sie nicht ähm abstechen was denkst du wo du hingehst ja ich möchte sie nicht abstechen das gehört sich nicht also bitte das gehört sich absolut nicht aber wir speichern aber wir speichern mal etwas näher wo können wir denn gehen ne dann was jetzt kann ich das nicht was ich kann das nicht mehr rückgängig machen ey seh mich bitte an wenn ich jetzt gehe ich kann doch jetzt nicht gehen ne oh die rennt hinter uns her die olle ja gut wir lassen uns erwischen komm her hier 3 minuten äh 2,5 minuten wo bleibt die olle dann attackieren wir die da führt jetzt kein weg dran vorbei na vielleicht können wir schon mal den weg etwas austesten halt's maul das war doch wohl der falsche weg also unten vielleicht hier links ne also unten ist falsch das heißt wir können nur nach oben hier ist falsch das sehe ich schon hier sowieso das heißt oben rechts oben rechts ist falsch äh hier vielleicht doch hier liegt was was ist das niemand anderes sollte hier sterben so wie ich hä jetzt sind wir wieder hier wir werden das gleich nochmal alles machen keine Sorge aber hier geht's nicht weiter das heißt es muss ja doch irgendwo unten weiter gehen muss es ja ups oder müssen wir diese einzelnen zettel einsammeln höh ok da sind wir tot das heißt wir müssen auf den oberen pilz gut aber jetzt stabben wir die alte erstmal ab ich möchte es eigentlich nicht ok wir sterben dann es war schon richtig dass wir einfach gegangen sind ok gut dann machen wir noch dieses labyrinth hier so das heißt wir lieben jetzt nochmal gut gut na komm schon sei nicht so gut ich weiß jetzt auch nicht wie lange die folgen überhaupt werden also absolut nicht ich habe total den überblick verloren so wir speichern nochmal auf der vier und rennen wir rennen jetzt erstmal hier nach oben holen uns diesen brief ich weiß nicht wieso aber vielleicht ist das wichtig ich möchte den gerne haben so zack das kennen wir zack achtung nicht erschrecken wir nehmen den oberen so und jetzt wackelt das ein bisschen doof da war auf jeden fall ein anderer brief den habe ich gesehen hier geht es sicherlich nicht aus hier ist noch ein brief du bist verflucht diesen brief zu lesen für immer ich werde hier nicht alleine sterben ich habe angst ich habe angst ich habe angst die zeit läuft weiter oh mein gott ich bin befreit die zeit läuft ja weiter oh nein gib gas junge da geht es nicht längst hab ich eigentlich schon mal erwähnt dass ich schlecht in labyrinth dingern bin oh was haben wir hier ach die sind alle nicht gut diese dinger sag das doch da geht es längst zack zack wehe das ist eine sackgasse es ist eine sackgasse oh man nein nein Zeitdruck ich hasse Zeitdruck so sehr wir müssen irgendwie da hinkommen hä uff spiel du machst mich fertig ne wir nehmen oben was ist das hier yo ist richtig ist richtig wo sind wir ich werde keine briefe mehr öffnen ich werde keine briefe mehr öffnen vergiss es wir bleiben hier stehen ich werde keine briefe mehr öffnen das war nicht so die beste idee zack und dann können wir eigentlich auch mal dann sehen wir wenigstens was passiert vielleicht können wir auch noch mit ihr zusammen wegrennen wir stellen uns hier mal wir lassen uns einbecken da 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 boom 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 wo ist sie? wo geht da hin? ich kann den ausgang nicht finden es ist als würde ich für immer rennen ich kann mich nicht mehr bewegen sehr gut bist du bereit für was für das was als nächstes kommt? keine sorge es wird nur ein bisschen weh tun na gut jetzt weiß ich wenigstens ich ließ mir da nichts mehr durch auch wenn ich scannen möchte nein gut wir rennen zu den pilzen ich weiß nicht mehr wo die waren waren die hier oben? die waren glaube ich unten die waren unten schon direkt Zeit verschenkt Achtung zack 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 und dann geht es hier nach oben es geht nicht hier nach oben es geht hier irgendwo hin es geht nicht irgendwo hier hin ey ich bin verwöhlt gerade achso der linke hier ja klar Entschuldigung so der obere war das das öffnen wir jetzt nicht ich habe das Gefühl wir müssen weiter geradeaus wir müssen nicht weiter geradeaus ich werde da nichts öffnen vergiss es hier ist eine Sackgasse das ist eine Sackgasse das hier ist aber keine Sackgasse ich bin mir sicher ich glaube das hier ist aber die Sackgasse jup la 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 kommt schon so hier fast draußen die Scheren sind kaputt gegangen gehe nach links andere Scheren beeil dich na gut ich meine soweit ist das jetzt nicht auch wenn das hier rechts ist und nicht links ne ich muss jetzt ehrlich so das schaffe ich nicht ah ich wollte schon sagen also ich hätte es dem Spiel jetzt echt zugetraut muss ich ganz ehrlich sagen die sind jetzt auch kaputt aber wir haben es geschafft hier weg zu kommen wundervoll wundervoll kein was keine Chance das ist ein dead end really du dachtest wirklich du könntest mit ihm kommen das ist meine welt du bist nicht die reale Sayo doch bin ich ich bin Sayo und Sayo ist ich sie hat lange versucht gegen anzukämpfen aber du kommst hierher und dich zu sehen hat sie verrückt gemacht ich habe es endlich geschafft sie komplett einzunehmen aber vorher werde ich dich fiesten ich weiß nicht was das heißt der Typ der versucht hat mir meine wichtige Jume zu klauen warte tu ihm nicht weh ich habe auch mega Durst ich habe schon seit stundenlose nichts getrunken Entschuldigung so Sayo du hast all die ganze Zeit dagegen gekämpft ich habe dir versprochen dass wir immer zusammen bleiben bis zum bitteren ende und nun musst du es auch schaffen ich will die reale Sayo bei mir du kannst das schaffen aber er er ist hier um dich mir wegzunehmen naja lass ihn doch einfach gehen das ist unser Garten ich glaube hier mit dir aber du musst dich von diesem Ding befreien kannst du das für mich tun? ja für Jume die toten Bäume sind weg dankeschön lass uns gehen Sayo Jume warte ich danke dass du dir solche Sorgen um mich gemacht hast aber dieser Fluch kann nicht ungeschehen gemacht werden ich bin mir sicher du hast es selbst schon entdeckt als du im Haus herumgewandert bist du musst immer mein Freund sein aber Sayo ist auch meine beste Freundin ich kann sie nicht verlassen da sind außerdem andere Leute die deine Hilfe jetzt brauchen richtig? tschüss ok Jume, Sayo ich bin mir sicher ich hätte euch helfen können aber ihr habt bereits aufgegeben richtig? ein Dämon hat euch hier nicht eingesperrt es war euer eigener Dämon und eure Gefühle von Schuld und ähm Schuld und eure Gewissensbisse ketten euch hier an ich kann hier nichts mehr tun ich bin frei also werde ich jetzt meinen Fokus darauf legen die anderen zu finden und dieses Mal werde ich alle beschützen achso wir können uns wieder bewegen so erstmal speichern so du hast Sidon Part 1 geschafft ähm, Spiel speichern um für die nächste Erweiterung des Spiels bla bla da sind 3 Endings im Spiel ok gut wir speichern hier auf der 5 das muss ich mir merken wo wo bin ich? als nächstes geht es also weiter mit Megumi das freut mich sehr bis jetzt hat mir der erste Part ziemlich gut gefallen außer die Rätsel die fand ich ein bisschen die hab mich so ein bisschen ein bisschen sehr hart dran bekommen komisch das hier keine Musik ist dankeschön das du es gespielt hast blablabla 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 wir sehen uns, ja Gut, das war's dann auch für Siren, Siren Part 1. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn Part 2 rauskommt. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Irgendwann bestimmt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem anderen Projekt wieder. Bis dahin. Ciao.